Sonic, hörst du mich? Ich hab mit mir selbst diese Empfänger modifiziert. Wir sind zwar in verschiedenen Dimensionen, sollten uns aber dennoch hören können. Wir helfen dir auch. Gemeinsam besiegt wir Mr. Eggman! Weiche aus oder du wirst zerquetscht! Lass jetzt nicht nach! Wie wäre es? Hier bin ich! Sieht nach einem Verfolgungsschuss aus! Pass auf, Sonic! Es kommt schon etwas mehr! Auf uns zu müssen! Sieht nach einem Verfolgungsschuss aus! Pass auf, Sonic! Schluss! Sieht nach einem Verfolgungsschuss aus! Sonic, durch Drücken des Buttons kannst du wechseln! Sonic, pass auf! Das ist ein Rohrbarmerangriff! Stimmt was nicht? Wechsel und geh nach! Wie wäre es? Hier bin ich! Sieht nach einem Verfolgungsschuss aus! Pass auf, Sonic! Jetzt war es! Wir sind los! Weiche aus oder du wirst zerquetscht! Was ist das? Wie wäre es? Hier bin ich! Sieht nach einem Verfolgungsschuss aus! Bitte, pass auf, Mr. Sonic! Wie wäre es? Hier bin ich! Sonic, durch Drücken des Buttons kannst du wechseln! Alles wird sich verlangen! Alles wird sich verlangen, sagen! Der Zeitfluss wird wiederhergestellt! Pass auf den Laser auf! Das ist ein Verfolgungsschuss! Pass auf, Sonic! Alles wird sich verlangsamen! Der Zeitfluss wird wiederhergestellt! Der Zeitfluss wird wiederhergestellt! Es greift an! Pass auf, Sonic! Das ist ein Rohrbarmerangriff! Wir werden! Hier bin ich! Es braucht schon etwas mehr, um uns zu besiegen! Wenn Du da rein rennst, kannst Du Dich nicht verwegen! Ja! Lass jetzt nicht nach! Setz Dir mein Ende! Brenne! Gleich bist Du Asse! Sonic, kombiniere Deine Stärken! Yes! Not in Schuss! Auf Wiedersehen! 1 2 3 4 5 Bis zum nächsten Mal.